Ich brauche ein Pokémon mit Stärke. Tut mir leid, Baby-Sasam, aber ich muss mich mal kurz ablegen. Ich kümmere mich ein paar Jahre später um dich. Und ich hatte ja immer die Box auch noch voll ist, aber die ist nur so frei von Platz. Also hat nur viel Platz. Ja. Ähm. Ich will nur glossen. Gern lang, als bald. Megapunch. Genau. Go over all. Ja. Synthese. Schafchen. Teleport. Stomp Ember. Streng. Mal. 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 Erledige du das von mir. Ja. Aber da brauche ich noch Quapsel, ne? Da brauche ich das mit mir. Sicher ist sicher. Deposit. Aber da, 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 da. bin weniger vms klasen geschichte und ich werde das polyweg so weins klage sie ja my dear friend oh yeah oh yeah so also wir gehen jetzt mal runter und dann ist immer bunter ja naja ich weiß nicht also ich hoffe es fehlt ihr am liebsten fluchtsaal haben wir auch luftsaal im angebot also beim pop shop wo ist denn der laden wir gibt es nur ein geld ein neues geld meistens aber hier so also guten einkauf und wir brauchen wir diese ärgern wenn ich mal dann irgendwie so tief in der hülle bin dass es zu lange dauert um da wieder heile nach hause zu kommen und und dann sage ich ja dann hättet ihr mal dieses seil gekauft hätte man im laden vorbeigeschaut naja aber so ist das leben halt schöne spinne hässliche spinne blöde tiger spinne ach mensch wobei den hier kann ich mich an mich reißen und auf dich scheißen mirakel sieht wundersaat zauber sauber 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 naja egal also im blut zog wie noch nett ich war ganz schön nett was ist das vorfanden wackel doppelt befreue ich mich jetzt und wuppel 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 ja hätte auch klappen können wuppel 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 oh yeah wino net wino muss gefangen insekten genau der liga die kleinen käfer äh 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 die small bugs äh erscheinen nur eine nacht so schläft es in einem loch in einem baum bis die nacht ein äh hereinbricht das ist aber ql man n 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 Danke, dass du mein Speichersystem als Lagersystem benutzt. Ach, du bist ein normaler Typ. Das erste Pokémon, das ich gesagt habe, hat deine Box hier aufgefüllt. Du musst die Box wechseln. Buh, dass du mich daran erinnerst. Werde ich so gleich auch tun. Wie oft habe ich mich bei einer vollen Box geärgert. Da finde ich mal ein seltenes Pokémon, wie sich fangen wir... Die Box ist voll! Ist das nicht toll? Nee. Ist das scheiße, Mann. Da gibt es einen Zwangsspeichern. Äh, nee, hier. Zwangsgespeichert. Oh yeah. Ja, manchmal muss ich auch über mich selbst lachen. Ich finde das ein bisschen. Aber wir wissen ja alle, Lachen ist sehr gesund. Für manche, zumindest. Also im alkoholisierten Zustand, um sich die Folgen reinzuziehen, muss es wahrscheinlich ja eine richtige Orgie sein. Ein richtiger Mord-Scouti. Ich bin eine coole Eule. Und du? Ich nicht. Aber ich bin ein cooler Bär. Goll! Ja, finde ich auch. Da war doch diese Höhle da. Diese eine coole Höhle. Nee, hier war der Wald. Nee, Quatsch. Ach, Quatsch, Mann. Ach ja, stimmt. Ich war in einer anderen Stadt. Das war nördlich. Da ich das Vögelchen rausgenommen habe, muss ich jetzt mal wieder... Jetzt die Box nochmal wechseln. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Hallo, 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 hallo. So. Ich bin eine coole Nacht, Eule. Und ich bin ein geiler Bär. Oh yeah. Ah, hier. Da ist diese komische, lustige Höhle da. Ich dachte, ich sei noch ein bisschen weiter nach. Wo ist das? Topf. Tiefe, kopft. Piep. Äh, da. Da, 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 da. Da, 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 da. So. Übelat, bumme Brü! Stirb einfach, du blödes Viech. So wie du guckst, kannst du es ja kaum erwarten, dein Ablaufdatum erreicht zu haben. Boah, diese Kackregeleiffliegen. Was sind die Nerven? Was haben die auch für Nerven? Felsen anquatschen. Hyperpouchen. Geil. Georg. Geile Musikrichtung. So. Magri-Wive. Ah, Topfbeleber. Du bist so hässlich. Ach, weißt du, mir fehlen die Worte. der mit einem sind dann die in seinem Video auf seinem Kopf ja 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 jeng jeng ja will auch du machst deiner bürger aus spaß eine freude war Ich bin ein Elefant Tora! Ich bin der beste Freund von oder die Freundin von Benjamin Blümchen! Ich bin es! Benjamin Blümchen! Gewesen! Felsen anquatschen! Felsen anquatschen! Anquatschen! Nö! Äther! Schmetterlingsäther! Ab in den Äther mit dir! Wenn ich alles durch den Äther sauge, meine Ohren werden Augen! Claudio Domstein! Nö, so! Alle fünf Schritte so! Anquatschen zum Beispiel! Vergiss es! Ich bin cool, weißt ihr das? Verpiss dich! Im Griff! Hier sollte mal irgendwas besonderes sein! na ja ich glaube mal kurz mal mountain moon world das hatte ich ja auf dem schirm monwahl ich glaube das war ich glaube zum glaube heißt unwissenheit aber ich bin jetzt hier irgendwie na ja da ist auch so eine geile hülle mit irgendwas drin so aber ist ja da 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 so so es geht weiter fröhliche teile war also mann 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 montmoron and cancer and also in tongues uh... 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 Elektronen sind uninteressant. Ich bin kein Elektrotechniker oder sowas. Weißt du, was ist das Magnete? Ihr könnt mich am Arsch wecken. Ab zum Kühlschrank mit euch, ihr Kühlschrankmagnete. Betreibt ihn kostenlos mit Strom. Oh, geiler Autistenmucke. Ich werde nicht gegen ihn verlieren. Würde ich auch sagen. Und ich du ja. Aber egal. Müller möchte kaufen. Ah, dieser eine komische Müller. Ja, dann bis gleich. QL und Martin QL. Dieser Müller wurde besicht. Geil, ne? Ich hoffe, sie hat ein Kind verloren. Ja. Boah, mal die Serialife-Kackfliegen. Ich kann mich am Arsch lecken. Wisst ihr das? Passt, die sind nicht dumm... ...dum, dum... ...durururururur. ...durururururur.. Arschloch! Hallo! Moin! Öl! Boah! Damit das mal keine Ansage ist. An Tanzverbot. Ah! An Nordmutter kämpfen. Also Markus. Markus Ruh! Dieser eine Bodybuilder möchte kämpfen. Mit Psychokräften. Oder so ähnlich. Also Markus Ruh! Was hast du mir zu bieten? Außer Steroiden? Der ist auch Psychotyp, ne? Aber auch Wasser. Haetora zeigt mir, was du drauf hast. Gegen so einen komischen König da. Um frei zu sein, bedarf es wenig. Dann fühle ich mich frei wie ein König. Ja, guck mal. Ich sparke dich. Punkensprung. Cool, ne? Mit Markus Ruhl bist du hier der King. Mit Markus Ruhl bist du hier der King. 649 Euro. Das sind meine Erfahrungspunkte. Na egal. QL und Martin QL, Markus Ruhl. Geil. Du starrst mich. Ja, würde ich auch sagen. 1184 Euro Schmerzensgeld. Der Gernant goes rauf. Ich bin stolper. Das war super einfach! Verhä upper70.